Der römisch-katholischen Kirche wird ein schwerwiegender Vorwurf gemacht. Der Vorwurf nämlich, sie würde die Bibel verfälschen, indem man das zweite Gebot der zehn Gebote einfach weglässt. Du sollst dir kein Bild von Gott machen oder irgendein Abbild von irgendetwas, das oben im Himmel ist oder das in der Erde darunter ist oder das im Wasser unter der Erde ist. Exodus 20, 4. Trotz dieses Anscheins wissen wir ganz klar, dass Exodus 20 kein Verbot ist, irgendwas ähnliches im engeren Sinne zu machen, weil wir eindeutig sehen, dass Gott die Herstellung von Bildern, Statuen und Ikonen in mehreren biblischen Texten befiehlt oder lobt. Siehe Exodus 25, 18, Nr. 21, 8-9, 1. Könige 6, 23-28, 1. Könige 9, 3. Nur fünf Kapitel nach diesem sogenannten Verbot von Statuen, Bildern, Bildnissen und Ikonen befiehlt Gott zum Beispiel Moses, zwei Engel, zwei Cherubim über dem Barmherzigkeit-Sitz der Bundeslade zu platzieren. Exodus 25, 18-22. Es gibt fünf wichtige Punkte, die in Bezug auf dieses häufige Missverständnis unter den Protestanten sowie vielen quasi-christlichen Sekten gemacht werden können. Erstens, Exodus 20, 4 ist Teil des ersten Gebots, das in Vers 3 beginnt und sich durch einen Teil von Vers 5 erstreckt. Die Verse 3 und 5 machen deutlich, dass dieses Gebot nicht nur die Herstellung von Statuen, Bildnissen, Ikonen und so weiter verurteilt, sondern verurteilt, Götter sich Götzen zu erschaffen und zwar sich Götzen zu machen, vor denen man sich verbeugt, denen man sich verschreibt, denen man dient, die man ehrt, die man anbetet. Mit einem Wort, dieses erste Gebot verbietet Götzendienst, das heißt die Anbetung von irgendetwas oder jedem anderen als Gott. Die katholische Kirche tut dies ebenfalls. Denn wenn die katholische Kirche Maria oder Heilige anruft, dann nicht in der Intention, sie anzubeten oder zu ehren wie Gott, sondern als Interzessoren und Interzessorinnen. Auch das ist ein grober Unterschied. Indem man einen Teil des ersten Gebots aufhebt, dass die Herstellung von jedem Abbild von irgendetwas zu verbieten scheint und schiebt man Gott nicht nur einen Selbstwiderspruch unter, wenn er später die Herstellung von Statuen befiehlt, sondern man macht am Ende auch die ersten beiden Gebote repetitiv. Beide verurteilen im Wesentlichen nämlich den Götzendienst. Obwohl die Gebote zehn sein sollen, werden sie von den inspirierten Autoren der Heiligen Schrift überhaupt nicht durchgezählt. Wenn man das zusammen mit den beiden positiven Geboten zählt, den Sabbat heilig zu halten und Vater und Mutter zu ehren, hat man am Ende tatsächlich 13 Gebote. Die tatsächliche Nummerierung der Gebote hängt also davon ab, welches man als ein Gebot zusammenfügt und welches man trennt. Und am Ende hängt das, was man nicht zusammenfügt, von der Theologie ab. Wir glauben aber, dass die katholische Kirche allein die Befugnis hat, dem Volk Gottes eine maßgebliche Liste der zehn Gebote zu geben und der Katechismus der katholischen Kirche tut genau das. Zumindest gibt es uns eine Liste als sichere Norm für uns. Und zwar, als sichere Norm wird das aufgedröselt, es wird nicht verfälscht von der katholischen Kirche. Das Problem mit der Schaffung eines zweiten Befehls, in Anführungszeichen, bei dem es tatsächlich keins gibt, das kommt am Ende der Liste wirklich als Problem raus. Die gemeinsame protestantische Auflistung der zehn Gebote kombiniert das Begehren nach der Frau des Nachbarn oder des Nächsten des katholischen neunten Gebots mit der Begehrenschaft des Eigentums des Nachbarn des katholischen zehnten Gebots. Und wirklich, es kann einfach nicht anders sein, weil einem dann der Platz ausgeht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass viele Frauen glücklich sind, mit Eigentum gleichgesetzt zu werden. Also kann man das einfach nicht zusammen vermengen. Einige mögen an dieser Stelle argumentieren, nun ist das, was das Alte Testament lehrt. Wir gehen einfach mit dem, was der inspirierte Autor lehrt. Doch ist dem wirklich so? Mal einen Blick drauf. Nun ist es wahr, dass die Version der zehn Gebote von Exodus 20, sowohl Frauen als auch Diener, an die Stelle des Eigentums zu setzen, scheint. Ich sage, es scheint, weil Genesis 1, 26 bis 27 Gott selbst offenbart, gesagt zu haben, lasst uns den Menschen nach unserem Bild machen, nach unserem Gleichnis. Also schuf Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild, nach dem Bild der Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Es gibt eine wesentliche Gleichheit zwischen Mann und Frau, die sich sogar im Alten Testament offenbart. Und deswegen ist Exodus 20 absolut nicht daran interessiert oder nicht dazu geschrieben, die Klarheit des Punktes nicht zu verdeutlichen, sondern genau das Gegenteil zu tun. Wenn ich sage, dass die Offenbarung dieser wesentlichen Gleichheit im Alten Testament nicht so klar ist, müssen wir verstehen, warum das so ist. Das Alte Testament besteht aus Büchern, die über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren geschrieben wurden und eine progressive Offenbarung darstellen. Hebräer 1, 1 bis 2 sagt, auf viele und verschiedene Arten sprach Gott von unseren alten Vätern durch die Propheten. Das griechische Wort für viele Wege ist Polymeros, was in vielen Teilen bedeutet. Gott gab seine Offenbarung im Laufe der Jahrhunderte stückweise, nahm ein altes Volk genau dorthin, wo es war und begann allmählich immer mehr Wahrheit zu offenbaren, wie sie in der Lage waren, sie zu empfangen und als er ihnen allmählich mehr und mehr Gnade gab, um sie empfangen zu können, während er ihre Freiheit respektierte. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn hinaus, Galater 4, 4, um die Fülle nämlich der Offenbarung zu vermitteln, die Gott für sein Volk wollte. Nun, zum Beispiel die Scheidung, die Gott in Deuteronomium 24, 1 bis 4 erlaubte. Da sagt er später, dass Scheidung nicht gut ist. Ja, Malachi 2, 16. Und als Jesus die Ehe auf die Ebene des Sakramentes erhöhte, in dem er Scheidung und Wiederheirat absolut in Matthäus 19, 5 bis 6 eliminierte, erklärte er, dass diese Zulage von Gott durch Moses nie von Anfang an beabsichtigt war und Genesis 2, 24 zitierte, die beiden werden ein Fleisch werden. Gott erlaubte früh Dinge, die er im vorausgehenden Sinne nicht gewollt hätte, da er seinem Volk half, so zu wachsen, wie ein Elternteil, einen Vierjährigen nicht so behandelt, wie er einen 14-Jährigen behandeln würde. In ähnlicher Weise, obwohl Gott die wesentliche Gleichheit von Mann und Frau sehr früh in der Heilsgeschichte offenbarte, Genesis 1, 26 bis 27, wurde also dem alten Volk nicht immer das Klare gegeben, wie wir zum Beispiel im Neuen Testament haben. Gott erwartete nicht, dass sich sein Volk sofort änderte, noch gab er ihnen die Fülle der Offenbarung, die wir in Christus auf einmal haben. Vielmehr half er dem Volk eben, sich darauf vorzubereiten. Tatsächlich können wir diese Entwicklung des Verständnisses sogar im Alten Testament selbst sehen. Denn was lesen wir zum Beispiel zu Gottes Volk in Deuteronomium? Du sollst auch nicht die Frau deines Nächsten begehren und du sollst nicht das Haus deines Nachbarn, sein Feld oder seinen Diener oder seinen Markt, seinen Ochsen begehren oder seinen Esel oder alles, was deinem Nachbarn gehört. Der inspirierte Autor von Deuteronomium, Mose, macht jetzt die Unterscheidung zwischen Frau und Eigentum schärfer, indem er zwei verschiedene hebräische Wörter für Begehren und Wunsch verwendet und nur das Wort Begehren in Bezug auf die Frau verwendet. Die beiden getrennten Gebote werden jetzt unbestreitbar. Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen also ganz klar die Situation haben, dass hier nicht die Gebote verfälscht werden, sondern dass hier einfach nur das genommen wird, was im Text steht und das dann so aufgedröselt wird, dass es normativ als Art Steckbrief diese Offenbarung hier den Gläubigen verklickert und klar gemacht wird. Das bedeutet, dass wir im Text steht in Bezug auf die Frau und Eigentum schärfer,